Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen. Für mich ist es noch früh am Morgen und ich freue mich vor allem, dass ich über dieses tolle Thema Blended Learning sprechen darf. Denn das ist ja tatsächlich etwas, wir haben ja nochmal einen ganz neuen Zugang bekommen zu all diesen etwas frischeren Lehrmethoden, dadurch, dass wir doch unseren Unterricht teilweise oder ganz umstellen mussten. Und ich möchte heute ein bisschen über Blended Learning im DAF-Unterricht sprechen. Und als erstes möchte ich tatsächlich über etwas sprechen, was mich sehr beschäftigt hat mit dem Thema, nämlich darüber, was man so hört. Dann möchte ich kurz das Blended Learning Konzept vorstellen. Ich habe in den vorhergehenden Webinaren und Sitzungen gesehen, dass es da Fragen gab. Das heißt, ich möchte kurz erklären, was Blended Learning ist. Und dann möchte ich zum Abschluss oder als Höhepunkt, wie man das auch mal sagen möchte, das Lehrwerk, ein Lehrwerk vorstellen, mit dem sehr viel möglich ist. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Wie Thomas Strasser heute Morgen schon gesagt hat, sind digitale Medien, Digitalisierung ist in aller Munde. Und wir neigen teilweise dazu, davon auszugehen, dass man mit einem Klick sozusagen überall ist. In einem Klick um die Welt, mit einem Klick zum Blended Learning, zur Interaktivität. Und leider ist es nicht so ganz einfach. Aber ich habe mir etwas, was Thomas Strasser gesagt hat, sehr zu Herzen genommen und habe nicht nur die App, die er vorgestellt hat, Mentimeter verwendet, sondern ich habe auch eine Wortwolke erstellt. Und diese Wortwolke habe ich erstellt aus Antworten, die Kolleginnen und Kollegen mir in den letzten Wochen gegeben haben, als ich zu leise, gut, guck nochmal, hört man mich jetzt besser? Ist der Ton besser? Er ist bei mir, sehr gut, ist der Ton jetzt besser? Ich kann nochmal lauter sprechen. Gut, einige hören mich sehr gut, einige hören mich leiser. Gut, sehr schön. Ich habe im Kollegenkreis und in dem Kreis der Lehrer und Lehrerinnen, der Kollegen, die ich so betreue, mal eine kleine Umfrage gemacht. Denn ich wollte von allen eigentlich wissen, woran denkst du, wenn du Blended Learning hörst? Und da habe ich ganz interessante Antworten bekommen. Und was mich dabei sehr, sehr überrascht hat, ist, dass eigentlich unheimlich viele Dinge genannt worden sind und dass wir da tatsächlich auch ziemlich weit auseinandergegangen sind. Was viele von den Kollegen eigentlich am Anfang oder gleich mal gesagt haben, ist, es geht um selbstentdeckendes Lernen. Und Sie sehen auch, es steht in der Mitte tatsächlich, selbstentdeckendes Lernen ist zentral im Blended Learning. Und wir sehen hier auch noch ein paar andere Wörter. Wir sehen Präsenzphase, wir sehen Flipped Classroom, wir sehen Online-Phase, hybrides Lernen, digitale Medien ist völlig selbstverständlich. Was ein großes Thema war, war synchrones und asynchrones Unterrichten. Aber auch die Verzahnung ist nicht zu kurz gekommen. Der Mehrwert ist durchaus auch etwas, worauf wir immer achten müssen und was wichtig für uns ist und natürlich auch interaktive Übungen. Jetzt ist es natürlich so, dass interaktive Übungen noch kein Blended Learning Konzept machen. Die Frage ist eigentlich, was ist Blended Learning? Und ich würde gerne mal ganz kurz auf das Wort eingehen. Das Wort Blended kennen wir alle, nämlich aus dem Blender oder aus dem Blending von Sachen. Das bedeutet auf der einen Seite, dass Sachen vermischt werden miteinander. Wie zum Beispiel im Weinbau wird das ja so gemacht, dass man ein Cuvée herstellt, also aus verschiedenen Weinsorten eine Mischung herstellt, um eine gleichbleibende hohe Qualität zu sichern. Aber Blended bedeutet auch noch ein bisschen was anderes. Es bedeutet nämlich zu etwas Überblenden etwas Verbinden. Das heißt, es ist nicht nur die Vermischung, es ist auch tatsächlich die Verknüpfung. Also wir fügen etwas zusammen. Wir mischen etwas und wir fügen etwas zusammen. Ein bisschen hochtrabender ausgedrückt, habe ich es hier auf meiner Folie stehen. Wir haben das Potenzial des Internets mit all seinen Facetten tatsächlich und setzen dies in strategischer Verbindung zu bewährten Lehrmethoden und Konzepten. Das heißt, wir haben alle Vorteile unseres Unterrichts, den wir auch vorher hatten. Das heißt, unsere traditionelle Didaktik spielt auch dort eine große Rolle. Denn es ist tatsächlich so, die Didaktik ist wichtig und die Didaktik ist zentral in all diesen Sachen. Und die Didaktik steht auch im Blended Learning durchaus im Vordergrund. Ich habe das mal ein bisschen visualisiert. Und wie wir das auf der Wortwolke gesehen haben, haben wir verschiedene Phasen. Nämlich wir haben eine Online-Phase. Hier steht Online-Phase 1 und Online-Phase 2. Die Online-Phasen sind multimedial gelenkte Selbstlernphasen. Das heißt, unsere Lerner erarbeiten sich selbstständig mit multimedial verschiedene Inhalte. Die konzipiert worden sind, damit sie das auch gut machen können. Also das ist tatsächlich schon gelenkt. Es ist nicht so, dass sie, wie es in anderen Konzepten ist, einfach nur sich alles ständig selbstständig erarbeiten. Nein, es ist eine gelenkte Selbstlernphase. Und diese Selbstlernphase ist tatsächlich etwas, was einer Präsenzphase vorangeht. Also wir haben eine Online-Phase und dann haben wir eine Präsenzphase. Und manchmal auch noch eine Online-Phase 2. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf sprechen. Ich sehe hier gerade, Rita sagt Tabak, Blended Shack. Ganz genau, genau, Whisky. Ich sehe, Sie haben recht, ganz genau. Viele Sachen werden vermischt. Und die Qualität nimmt dadurch nicht ab, sondern die Qualität nimmt zu und wird gesichert. Genau, wir haben also verschiedene Phasen, nicht nur eine, sondern verschiedene. Wir haben Online- und Präsenzphasen. Und diese Online- und Präsenzphasen, Sie sehen das hier, ich habe das hier noch auseinander, die existieren nicht isoliert voneinander. Und da kommt tatsächlich auch unser Blending, unser Blended ins Spiel. Die existieren miteinander. Und sie existieren nicht nur miteinander, sondern es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass diese Übergänge zwischen diesen Phasen, wir schauen uns das mal genau an, dass diese Übergänge schön miteinander verzahnt sind. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, sehen wir hier, wir haben unsere Phasen, die nacheinander abfolgen. Aber hier sehen Sie schon stärker zusammen. Und wenn wir genau reingucken, dann ist es gar nicht so, dass es tatsächlich ein ruppiger Übergang ist. Oder wir haben etwas in der einen Phase erarbeitet und in der nächsten Phase geht es dann gleich weiter. Was wir machen ist, wir lassen eine Verzahnung stattfinden. Das heißt, wir nehmen Materialien und wir nehmen Dinge, die sich unsere Lerner in der Online-Phase erarbeitet haben und verknüpfen und verbinden sie mit der Präsenzphase. Das wird häufig auch in Gruppenarbeiten gemacht. Also unsere Lerner haben etwas erarbeitet in den Online-Phasen und dieses Wissen, das sie sich erarbeitet haben, tragen wir in die Präsenzphase üben über und machen etwas damit und führen es weiter. Und das findet oft in Gruppenarbeit statt und das ist auch sehr, sehr befruchtend und das macht vor allem Spaß, weil auch alle zeigen können, was sie gelernt haben, aber sie können sich auch gegenseitig unterstützen. Sie können sozusagen als Einheit miteinander zusammen dieses Wissen anwenden und weiter ausbauen. Und die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass das sehr, sehr befruchtend ist und dass dadurch diese Inhalte, die erarbeitet worden sind, natürlich auch nochmal ganz neu vertieft werden und dadurch die Weiterarbeit viel schöner stattfinden kann. Ich möchte das jetzt gerne an einem Lehrwerk zeigen. Wir haben hier ein neues Lehrwerk, das heißt Das Leben. Sie haben davon ja schon teilweise gehört heute und das kommt aus der Erfolgswerkstatt von Hermann Funk, Christina Kuhn, Laura Nielsen und Rita von Eggeling. Der A1-Band ist bereits erschienen, der A2-Band steht auch in den Startlöchern und das Ganze wird dann bis B1 weitergeführt. Es ist ein Grundstufenlehrwerk, ein sehr junges, ein sehr frisches Grundstufenlehrwerk, das sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse im In- und Ausland in Deutschland richtet. Es kann verschiedenartig angewendet werden und ist natürlich auch für Institutionen sehr interessant. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind tatsächlich Alltagsthemen. Also sie kommen aus der Alltagswelt unserer Lerner. Sie tun es schlechter, das tut mir leid. Und man kann die Lernfortschritte spürbar spüren und messen. Und das Schöne ist, es ist als Magazin aufgemacht. Das heißt, es hat ein bisschen was von der Optik und von dem Leseflänzende wie ein Magazin, das man öffnet und in dem man dann sehr interessant und interessante Dinge lesen kann. Sie sehen das hier als Beispiel, dass wir tatsächlich hier auch die Optik durchaus haben. So wohnen wir. Es hat ein bisschen wirklich einen Touch von einem Katalog. Das Leben hat einen riesengroßen Vorteil und deswegen kommen wir jetzt auch auf das Blended-Konzept zu sprechen. Wir haben hier ein sehr, sehr hohes Kombinationspotenzial. Das Leben ist wirklich flexibel. Wir können es als reinen Präsenzkurs unterrichten. Es sind verschiedene Medien angegliedert. Es gibt eine Pageplayer-App, die werde ich auch gleich noch einmal ein bisschen zeigen, mit der wir tatsächlich, in der die mobilen Endgeräte unserer Teilnehmer tatsächlich mit in den Unterricht einbezogen werden. Wir können also tatsächlich auf diese Ressource zurückgreifen. Die Teilnehmer haben sie immer dabei. Die Lernenden nutzen ihre eigenen Endgeräte auch sehr gerne. Wir haben die Möglichkeit, es auch im virtuellen Raum zu haben, dadurch, dass das Leben auch auf Blink-Learning zu finden ist. Wenn Sie dazu Fragen haben, würde ich Sie bitten, die entweder hinterherzustellen oder sich eventuell auch an die Kollegen zu wenden. Wir haben da sehr viel, was wir dazu sagen können. Und es gibt natürlich auch das Blended-Learning-Konzept zu das Leben, in dem, wo es möglich ist, die Kurse tatsächlich so zu unterrichten, in einem 70 zu 30 Verhältnis. Also 70 Prozent im Präsenzunterricht, 30 Prozent ausgelagert in eine Selbstlernphase. Das Lehrwerk ist extremst flexibel. Das können wir hier auch noch einmal in diesem kleinen Bilderkranz sehen. Wir haben alles das, was ein Lehrwerk generell braucht, aber wir haben noch mehr. Wir haben tatsächlich ein ganzes, es ist in Entwicklung ein Blended-Learning-Paket. Es gibt digitale Medien dazu, natürlich auf Blink-Learning dann auch. Wir haben einen digitalen Unterrichtsmanager, der natürlich inzwischen auch zu dem Standard gehört. Aber was auch sehr schön ist, wir haben nach wie vor das Medienpaket mit den Audio-CDs und den DVDs. Natürlich völlig selbstverständlich, es gibt auch eine Vokabeltrainer-App. Wie sieht das aus? Wie kommen wir, wie sieht das für die Lehrer aus? Wir haben eine sehr hohe, nicht nur Lernerorientierung, sondern wir haben auch etwas, das tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Wir haben eine sehr hohe Lehrerinnenorientierung. Es gibt Lehrer handreichend für die Präsenz und auch für die Online-Phase. Wir haben, Herr Manns hier sagt gerade, Blink-Learning habe ich noch nicht gehört. Friederike wird sich darauf gleich noch mal melden. Wir haben also viele Inhalte, die wir zur Verfügung stellen können, online, aber auch tatsächlich im direkten Präsenzunterricht. Wir haben alle möglichen Dinge, die tatsächlich das Lehrwerk mit, die tatsächlich alles miteinander verzahnen, ineinander, die wie kleine Zahnräder, wie wir das vorhin gesehen haben, ineinander greifen und das Gelernte vertiefen und verfestigen. Wir sehen hier noch mal die Page Player App. Der Vorteil da ist auch, ich habe gerade gesagt, digitale Endgeräte. Wir können alle diese Materialien, die Videos, die Sie vielleicht bei meiner Kollegin Alexandra Andrea Thierfelder gesehen haben, in Ihrem Webinar. Die können wir tatsächlich auch auf diesen Endgeräten abrufen, mit in den Unterricht bringen. Das heißt, diese Endgeräte sind eingebunden und ermöglichen dadurch auch einen sehr intuitiven, hybriden Unterricht. Und damit bin ich eigentlich schon fertig. Ich habe nur sehr, sehr wenig Zeit heute gehabt und wir haben hier jetzt tatsächlich noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wir können auch gerne noch einmal zurückgehen und verschiedene Sachen beantworten. Gibt es von Ihnen noch Fragen zu dem Thema Blended Learning Concept, zu dem Thema Das Leben? Vielen Dank. Nochmal die vorigen Seite, bitte mal. Sehr gerne. Diese hier? Mhm. Sehr schön. Nadja, Blink Learning. Ja, da würde ich dann Friederike tatsächlich nochmal bitten, etwas zu sagen. Wir haben hier tatsächlich unsere Präsenzphasen und Onlinesphasen, eine kleine Übersicht, wie das dann tatsächlich so aussieht, wie die Einheiten aufgeteilt sind. Und das ist natürlich nach Wochen gegliedert. Friederike. Ja, einige hatten gefragt nach Blink Learning. Ich versuche es ganz kurz anzureißen. Blink Learning ist eine Learning Management System Plattform, also auch, wo man Bücher von verschiedenen Verlagen zur Verfügung hat. Und natürlich ist das Leben jetzt dort auch erhältlich. Und dort gibt es auch nochmal die Möglichkeit, digital mit dem Lehrwerk zu arbeiten. Sie haben dort auch eine Klassenraumauswertung. Sie können sich auch wieder Notizen machen im Buch. Also es gibt, das ist nochmal ein weiteres System, was wir jetzt anbieten, auch zuzüglich unseren digitalen Produkten, das Sie nutzen können. Sie können mich auch gerne nochmal diesbezüglich anschreiben. Ich schreibe auch nochmal meine E-Mail-Adresse in den Chat und dann kann ich Ihnen das auch noch ein bisschen ausführlicher erklären, beziehungsweise stelle Ihnen auch gerne mal einen dreimonatigen Lehrer freikurz zur Verfügung, dass Sie sich die Plattform auch mal anschauen können. Sehr schön. Vielen Dank, Friederike. Ja, wir hatten nur sehr wenig Zeit. Es war tatsächlich nur ein Blitzlicht. Sie können uns jederzeit gerne anschreiben. Wir werden auch tatsächlich noch weitere, wesentlich ausführlichere Webinare und Sitzungen zu diesem Thema anbieten. Es war wirklich nur ein ganz kleines Einführungsblitzlicht. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen und haben vielleicht einen ganz, ganz kleinen Eindruck davon bekommen, wie leicht und wie schön man eigentlich mit diesem Lehrwerk auf allen unterschiedlichen flexiblen Arten unterrichten kann. Herzlichen Dank.